Gute Abend! Wir sind jetzt in Kaoxing angekommen. Der Tal kann mich mit dem Taxi abholen. Mal sehen, ob die Qualität überhaupt geht bei so Öl. Wir sind jetzt erst mal aufs Dach gestiegen und haben ein bisschen Bier mitgebracht. Das sieht man jetzt sicher nicht. Ja, sind gerade hier so die Leiter hochgeklettert und die Leiter hochgeklettert. Wir haben halt von hier einen coolen Ausblick. In dem Gebäude wohnt der Pascal. Ich hoffe, die Nachtaufnahmen werden was. Schick! Jetzt machen wir erstmal ein Rückwärtssaldo. Und hängen uns hier an die Karte runter. Jetzt wird erstmal gechillt. Tschüss! Moin Leute! Wir haben gerade unseren Roller in Empfang genommen. Hier aus der Bude. Ich habe mir einen riesen Chip-Kreuzer ausgesucht. Dann haben wir uns noch ein paar Helme gekauft. Für, keine Ahnung. 10? Keine 10 Euro. Keine 10 Euro. Keine. Keine. Ne? Und jetzt fahren wir Richtung Süden. Kein Ding. Ach, kein Ding. Das wird kein Ding. Also. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal, steht da. Aber wenigstens mit Übersetzung. Nicht schlecht. Geil, oder? Pain, charm, sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020